Guten Tag Herren und Damen, mein Name ist Maha, ich lebe im Grausraum Mumbai in Indien. Zusammen mit meinem deutschen Partner Klaus Wendey haben wir Trapcom 2006 gegründet, um mittelständische deutsche, Schweizer, österreichische, europäische Firmen bei der Firmenwürden in Indien zu unterstützen. Indien mit seiner großartigen Kultur, seinen 1.2 Milliarden Einwohnern ist der Markt der Zukunft. Wir als Trapcom bieten Ihnen verschiedene Produkte an, die unterschiedliche Marktteintritts, Strategien und Herangehensweisen ermöglichen. Wir als Trapcom möchten Sie an die Hand nehmen, Sie durch die Bürokratie und die lokalen Verhaltensweisen eines typischen, schönen Landes führen, um mit Ihnen zusammen Ihr erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Wir möchten unseren guten Ruf durch Vertrauen ausbauen, dass Sie in der Zusammenarbeit mit uns erfahren werden. Kommen Sie auf uns zu. Wir freuen uns für Sie da zu zeigen. Danke.